Herzlich Willkommen! Hier ist der GT-5 LP. So, ja, ich bin hier in Entedell und fahr wieder nach Gronau. Und, ja, also nachher, dann laufe ich dann nach Gronau. Und, ja, da kommt der Zug und, ja, das sind die holländischen Züge und, ja, dann würde ich mal sagen, wenn die Aufnahme etwas führt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und, ciao!